Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Driebacher, deinem Performance-Coach. Gesundheit und was zum Thema Gesundheit zugehört, wie gesunde Ernährung, guter Schlaf, Achtsamkeitszeiten, regelmäßiger Sport. Mit deinem Business unter einen Hut zu bekommen, ist absolute Masterclass. 100% grüner Haken hinten dran. Warum ist es so? Warum ist es so schwer, das Business mit diesen Komponenten für die Gesundheit unter einen Hut zu bekommen? Das ist die große Frage. Was ist daran so schwer? Ich arbeite jetzt schon seit über 30 Jahren in diesem Bereich und gerade in den letzten 6, 7 Jahren habe ich mich verstärkt auf das Klientel von Führungskräften, Selbstständigen, Unternehmern, Abteilungsleitern, Managern. Habe ich mich fokussiert und habe natürlich auch da viele Gespräche geführt und was steckt dahinter? Was ist der Konsens, warum sich da so viele schwer tun? Viele Selbstständige, viele Unternehmer, die wissen ganz genau, dass sie für ihre Gesundheit was tun sollten. Sie wissen ganz genau, dass sie in diesem Bereich viel Luft nach oben haben. Nichtsdestotrotz ist die Macht, den Fokus nur auf dem Business zu halten, ziemlich groß. Was steckt da dahinter? Dahinter steckt eine sogenannte Verlustrechnung. Wenn ich jetzt in der Woche dreimal in den Sport gehe, benötige ich mindestens eine Nettozeit pro Trainingseinheit, mindestens eine Stunde. Wenn ich mich jetzt gesund ernähre, dann werde ich einfach mehr Aufmerksamkeit benötigen, um mich um mein Essen zu kümmern. Wenn ich früher ins Bett gehe, sodass ich mindestens bei sieben Stunden gesundem Schlaf ankomme, dann fehlt mir wieder eine Stunde. Und wenn ich jetzt auch noch zum Beispiel mittags ein Power-Nap machen sollte von 10, 15 bis 20 Minuten. Wenn ich zwischendurch auch nochmal fünf Minuten Achtsamkeitsmomente, Mini-Meditation einlegen sollte. Ja, um Himmels Willen, wann soll ich das machen? Ich habe die Zeit gar nicht dafür. Das wird so nicht funktionieren. Warum? Weil es eine reine Verlustrechnung ist. Wobei, ist es tatsächlich ein Verlust? Das ist kein Verlust. Denn nachweisbar ist es so, dass wenn wir regelmäßig Sport betreiben, wenn wir uns gesünder ernähren, wenn wir etwas mehr schlafen und wenn wir kleine Meditationseinheiten einhalten, dann sinkt unser Leistungslevel nicht, so wie es normalerweise der Fall ist, wenn man sich nicht darum kümmert, sondern der Leistungslevel. Der steigert sich. Und in dem Moment, wo der Leistungslevel sich steigert, können wir mit weniger Arbeitseinsatz mindestens das gleiche erreichen. Im Gegenteil, viele erreichen dadurch noch viel mehr. Ich habe Coaches, die zu mir sagen, Andreas, das ist unglaublich. Seit ich die Ernährungsumstellung mache, seit ich etwas mehr Schlaf und regelmäßig Sport mache, habe ich einen Umsatz, der hat sich um 20 Prozent erhöht. Ich arbeite in kleineren Zeiträumen, habe aber einen viel größeren Output. Wie ist das möglich? Warum passiert sowas? Und diese Frage ist relativ einfach zu beantworten. Denn in dem Moment, wo wir uns gesund ernähren, führen wir Lebensmittel zu und Nährstoffe, die unserem Körper keine Energie raupen, sondern die geben uns Energie. In dem Moment, wo wir regelmäßig Sport betreiben, trainieren wir unsere Atemmuskulatur. Wir sorgen dafür, dass der Körper besser durchblutet ist. Wir sorgen dafür, dass ein Hormonausgleich entsteht zwischen Stresshormonen, die wir sowieso schon haben, das ist völlig normal, immer in jedem Job, und den Ausgleichshormonen Dopamin, Serotonin. Durch Bewegung. Zusätzlich, durch diese verstärkte Bewegung, durch wieder überhaupt Sport machen, haben wir eine andere Atemfrequenz. Wir sorgen für mehr Sauerstoff. Wir sorgen dafür, dass die Zellen besser versorgt werden. Wir sorgen dafür, dass in unserem Kopf mehr Sauerstoff ist. Und diese gesamten Maßnahmen, voll besseren Schlaf über gesunde Ernährung, über regelmäßig Sport, über kleine Achtsamkeitsmomente, das müssen ja keine Zwei-Stunden-Meditationseinheiten sein, sondern da reichen manchmal schon zweimal fünf bis zweimal zehn Minuten pro Tag. Die sorgen dafür, dass wir in der Zeit, wo wir arbeiten, ein viel höheres Leistungslevel haben, wie wenn davor, wo wir es nicht gemacht haben. Und genau das ist das, was mir meine Coaches immer nach ein paar Wochen, nach sechs, acht Wochen sagen, Es ist unglaublich, Andreas, was ich jetzt zwischenzeitlich in einer viel kleineren Arbeitszeit erreichen kann, im Gegensatz zu vorher. Ich habe es nachgerechnet. Ich kann das sogar monetär belegen, dass ich innerhalb der letzten drei Monate meinen Umsatz gesteigert habe. Klar, am Anfang, die ersten vier Wochen, war es umständlich, sich die neuen Muster anzugewöhnen. Ja klar, es war etwas umständlicher, Sport zu machen, darauf zu achten, dass wir früher ins Bett gehen, achtsam kannst du mal nicht. Es hat gedauert, bis eine Routine da war, vier, sechs Wochen. Aber seitdem ist es unglaublich, wie positiv sich meine Leistung entwickelt hat. Genau das ist immer das Feedback, was ich in den ersten paar Monaten von den Coaches erhalte. Dazu kommt natürlich noch dazu, dass die meisten sagen, Andreas, das ist natürlich auch unglaublich. Ich habe nämlich jetzt einen ganz anderen Körper. Ich habe schon zehn Kilo abgenommen. Ich bekomme lauter Lobs von meinen Mitarbeitern. Meine Mitarbeiter bemerken, dass ich mehr Dynamik habe. Meine Mitarbeiter bemerken, dass ich schlanker geworden bin. Meine Frau gibt mir Komplimente. Meine Kinder sagen, hey, schön, Papa, dass du dich wieder um dich kümmerst, dass du mehr Sport machst. Du siehst frischer aus, siehst jünger aus. Du hast mehr Power, mehr Energie. Ja, nichtsdestotrotz nochmal. Es ist nach wie vor und wird auch immer so bleiben, dass es eine große Herausforderung ist, ein funktionierendes, erfolgreiches Business ohne den Hut zu bekommen mit den anderen Parametern zum Thema Gesundheit. Aber das liegt nicht allein daran, dass wir dafür Zeit aufwenden müssen, sondern es liegt daran, dass wir in unserem Kopf immer diese Verlustrechnung haben am Anfang. sagen, ich muss jetzt Zeit opfern. Allein, da fängt es schon an im Wörter, ich muss, wir müssen gar nichts. Wir müssen keine Zeit opfern. Wir wollen diese Zeit opfern, wir wissen, dass es wichtig ist. Und genau daran scheitert es, an dieser Verlustrechnung. Ich habe diese Zeit nicht. Ich werde diese Zeit niemals haben, denn wenn ich mir die Zeit jetzt nehme, wird mein Business nicht funktionieren. Ich werde nicht so erfolgreich sein wie davor, weil ich ja gar nicht die Zeit habe. Und genau wenn man diese Rechnung einmal umdreht und die Gegenrechnung macht, was man davon hat, wenn man regelmäßig in seine Gesundheit investiert, wenn man regelmäßig Sport macht und diese Rechnung umdreht, stellt man fest, die Rechnung davor, die hat gar nicht gestimmt. Die hat so niemals funktioniert. Und in dem Moment, wo das in unserem Kopf klar ist, dass wir keinen Verlust haben, sodass es nur ein Gewinn ist, in dem Moment läuft das Ganze von ganz allein. Denn dann kennen wir den Mehrwert. Dann wissen wir, dass das, was wir tun, dazu führt, dass wir mit einer höheren Arbeitsleistung arbeiten können, mehr Output haben und dadurch natürlich unterm Strich auch mehr Umsatz machen können. Das ist nachgewiesen. Und das Spannende dabei ist, dass wenn man dann einmal damit angefangen hat, dass man sich sechs, acht Wochen später fragt, warum habe ich das verdammt nochmal nicht schon früher gemacht? Warum habe ich so lange gebraucht, um jetzt tatsächlich festzustellen, das war viel einfacher, wie ich mir das vorgestellt habe? Genau das ist die Herausforderung. Dreht diese Rechnung einmal bitte um. Das nennt man auch Perspektivenwechsel. Geht mal in den Perspektivenwechsel. Noch ein krasses Beispiel. Viele arbeiten unglaublich fleißig, sind Umsetzer maximal fokussiert von morgens um acht bis abends um 22. Es wird gearbeitet, gearbeitet. Es wird superguten Umsatz gemacht. Es ist eine große Anerkennung da. Wir haben Erfolg. Aber letztendlich haben diese Ausgleichszeiten gefehlt. Es ist Übergewicht am Start, es ist ein Bluthochdruck am Start. Es ist ein Herz am Start, das nicht mehr so leistungsfähig ist. Der Cholesterinwert ist zu hoch. In der Freizeit haben wir keine Power mehr, wir sind müde, wir sind ausgelaugt. Und dann kommt es irgendwann mal bei vielen, so ab dem Männer, ab dem 50., 55. Lebensjahr, dann kommen die roten Karten, die gezogen werden vom Körper. Der Körper sagt, pass auf, mein Blutdruck ist viel zu hoch. Das Herz sagt, pass auf, mir geht es gar nicht gut. Die Leistungsfähigkeit sagt, hey, du bist nur noch müde. Du liegst zwar sieben Stunden im Bett, aber du stehst morgens auf und du bist total erschöpft. Erschöpfungssyndrom ist am Start. Die Power geht runter. Wir wachen morgens auf und überlegen, hey, wo ist meine Energie? Ich war doch früh genug im Bett, aber wo ist meine Energie? Wir brauchen Anlaufzeit morgens, das wird ja funktionieren. Ja, und dann kommt der Moment, wo der Körper dann tatsächlich die dunkelrote Karte zieht. Wir werden ins Aus geschubst. Das kann alles möglich sein. Es kann ein Burnout sein, was in den letzten 20 Jahren sich immer mehr häuft, genau bei Menschen über 40, vor allem bei Männern. Es kann ein Herzproblem sein. Es kann ein Magen-Darm-Trakt-Problem sein. Es kann ein psychisches Problem sein. Es können Depressionen sein. So, jetzt haben wir ein ganzes Leben lang gearbeitet und viel Investment reingesteckt in ein sehr wertvolles Projekt, in unser Baby. Und dann kommt der Körper und sagt so, ich habe jahrelang Signale an dich gesendet. Ich habe dich immer wieder darauf aufmerksam gemacht, durch einen zu hohen Blutdruck. Durch Schlafstörungen, durch innere Unruhe habe ich dich darauf aufmerksam gemacht, dass es mir nicht gut geht. Und was machst du? Du machst genauso weiter. Du nimmst keine Rücksicht. Und dann zieht der Körper den Stecker. Dann haben wir ein Problem. Denn dann sind wir weg. Jo. Und wer führt dann die Firma? Wer führt dann dieses ehemalige erfolgreiche Projekt weiter, wenn du nicht mehr funktionierst? Wer macht das? Und da haben die meisten ein Problem. Und dann sind innerhalb von zwei Jahren oder von einem halben Jahr bis einem Jahr, bis zwei Jahre, je nachdem, wie lange die Krankheit geht, wie lange wir eingeschränkt sind, sind die ganzen Erfolge, die man davor gefeiert hat, sind fast weg. Viele müssen den Stecker komplett ziehen. Die können wir nicht mehr arbeiten. Die sind raus. Und das nur, weil wir es nicht verstanden haben, frühzeitig in uns rein zu investieren. Genau das ist das, was ich euch heute hier mitgeben möchte mit diesen Infos. Dass ihr frühzeitig, präventiv dafür sorgt, dass es erst gar nicht zu weit kommt. Dass es erst gar nicht erst entsteht. Und dafür gibt es Four-Levels. Das ist einmal immer die Ernährung. Immer die gesunde Ernährung. Ist immer ganz weit vorne am Start. Da kann man unglaublich viel damit an Leistung generieren. Da kann man unglaublich viel tun für seine Gesundheit. Nummer zwei ist die Bewegung. Nummer drei ist der Schlaf. Nummer vier ist die Achtsamkeit. Four-Levels, die dafür sorgen, dass du bis ins hohe Alter erfolgreich bleibst. Und, dass deine Leistungskurve sogar noch steigen kann. Viele kommen zu mir mit über 40 und sagen, Andreas, das ist ja unglaublich. Ich habe jetzt eine Leistungsfähigkeit. Ich habe jetzt eine Power, die habe ich nicht mal vor 20 Jahren gehabt. Ich hätte nie gedacht, dass so viel möglich ist. Und das alles nur über letztendlich diese vier Levels, die uns am Anfang so viel Aufmerksamkeit gekostet haben. Und im Nachhinein sagen wir, hey, das war easy. Das waren ein paar Regeln, die zu befolgen sind. Es war eine Änderung in der Denkweise. Es war eine kleine Änderung in der Verhaltensweise. Aber trotzdem, es war am Anfang schwer, weil wir aus den alten Routinen raus mussten. Aus den alten Routinen, die selbstverständlich sind, die uns keine Energie kosten, in neue Routinen rein. Und sind wir erst mal drin, stellen wir nachher fest, ey, wie geil ist das denn bitte? So, mit diesen Worten möchte ich mich für heute bei euch verabschieden, bei dir verabschieden. Und die Bitte an dich, denk mal drüber nach. Denk jetzt mal drüber nach, wann du das letzte Mal in eine Gesundheit investiert hast. Denk mal bitte drüber nach, ob es nicht besser wäre, dafür zu sorgen, dass du eine Ernährung neu fokussierst, auf ein neues Level bringst. Denk mal drüber nach, ob du nicht ein bisschen mehr schlafen solltest, ob der Schlaf nicht besonders wertvoll ist, besonders für dich. Und ob du es vielleicht nicht schaffst, ein bis zwei Minuten am Tag, vielleicht einen kleinen Powernap mittags mit zehn Minuten, einmal nochmal fünf bis zehn Minuten in der Meditationseinheit, einzubauen für deine gesunde Zukunft, für dein funktionierendes, langfristiges, erfolgreiches Business. So, und jetzt kommst du und sagst, Andreas, das ist super, dass ich das weiß. Es ist schön, dass ich es jetzt weiß. Ich wusste es auch vorher schon, aber pass auf. Das ist nicht mein Job. Das ist nicht meine Arbeit, mich darum zu kümmern. Ich brauche jemanden, der mich dazu erst mal motiviert, nochmal detailliert aufklärt und vor allem brauche ich Lösungen. Ich bin nicht auf dieser Welt, mich darum zu kümmern. Ich setze um. Bitte, kannst du das für mich machen? Kannst du dafür sorgen, dass ich in die Umsetzung komme, dass ich ganz genau weiß, wie soll ich mich ernähren? Wie soll ich schlafen? Wie geht das mit der Achtsamkeit? Und vor allem, wie soll ich trainieren? Wie oft pro Woche? Welche Übung sollte ich machen? Dann bist du bei mir eigentlich genau richtig. So, und jetzt hast du natürlich die Möglichkeit zu sagen, Pause auf, Andreas. Mach mir ein Angebot. Jetzt gehst du einfach mal unten in die Shownotes rein unter Bemerkungen und da findest du die Landingpage. Und in der Landingpage kannst du dich jetzt direkt eintragen und kannst deinen unverbindlichen, kostenfreien Termin vereinbaren fürs Erstgespräch. Und wenn das passt und wenn wir beide zusammenpassen und mein Mitarbeiter das feststellt und sagt, hey, die zwei werden garantiert Erfolge haben miteinander, dann hast du in kurzer Zeit später unser gemeinsames mindestens 60 Minuten Orientierungsgespräch, wo ich dir ganz klar zeige, wo geht's hin? Auf was sollst du achten? Sodass du nie mehr über das Thema Bewegung, was soll ich tun? Nie mehr über das Thema Ernährung, wie soll ich mich ernähren? Nie mehr über das Thema, wie komme ich besser ins Schlaf, Gedanken machen musst. Denn du profitierst dann von über 25.000 erfolgreich beratenden Coaches und vor allem über 30 Jahre Berufserfahrung von meiner Seite aus und über 50 Weiterbildungen. Das ganze Wissen kriegst du von mir geschenkt für dich, sodass du in Zukunft nie mehr über das Thema Gesundheit, Ernährung, gesunde Ernährung, gesunder Sport und Schlaf nachdenken musst. So, jetzt bist du dran. Einmal eintragen und wir sehen uns in Kürze wieder und ich freue mich, dich dann beraten zu können. Bis dahin, mach's gut. Bei allem, was du tust, ganz viel Spaß. Bis bald. Hier war Andreas Drinbacher, dein Performance Coach. Jetzt ist es, was du tust, ganz viel Spaß.